Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomaten-spiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie ihr einfach hier ein Konto bei JetBull eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite findet ihr oben rechts gleich die Schaltfläche Registrieren, auf die ihr zuerst klicken müsst. Und hier ist es erforderlich, zuerst Personendaten, daraufhin Adressdaten und Kontodaten zu ergänzen. Abschließend ist es noch erforderlich, dass ihr die AGB lest und akzeptiert und dafür mindestens 18 Jahre alt seid. Nachdem ihr eure E-Mail-Adresse bestätigt habt, könnt ihr oben auch schon auf die Schaltfläche Einzahlen klicken und hier werden dann auch schon die vielen verschiedenen Möglichkeiten angezeigt, zum Beispiel Kredit- oder auch Debitkarten, E-Wallets, Prepaid-Karten, Sofortbanking und auch klassische Banküberweisungen. Die weiteren Details zur Einzahlung müssen daraufhin in den nächsten Schritten noch eingegeben werden und alle Informationen zur Gebühr- und Bearbeitungszeit werden ebenso angezeigt. Von der Startseite aus findet ihr in das umfangreiche Casino-Angebot, wenn ihr auf Casino klickt. Hier werden dann auch schon die vielen verschiedenen Spiele angezeigt, oben auch einige direkt im Slider und hier auf der rechten Seite können diese kurzerhand im Browser geöffnet werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier auf der linken Leiste eine Suche zu starten oder auch in die verschiedenen Kategorien wie zum Beispiel Tischspiele, Videopoker, Rubbellose und einige mehr zu klicken und dann die entsprechenden Spiele hier raus zu öffnen. Übrigens wird obendrein noch ein Live-Casino von Jetbull angeboten, in den Spielen zum Beispiel Roulette, Blackjack und auch Poker sowie einigen weiteren. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, ciao!